Posenangeln a la, aber wieder Posenangeln mit Rolle. So, ne, letzte Video, schön gechillt, ah, schön gechillt auf Stippe, jetzt noch gechillter, aber auch direkt viel geiler, mit Rolle hier dran, Riesenvorteil, egal was mir jetzt hier reinballert, guck dir das an, dicke für den Brocken, dicker für der Barsch, ist mir egal, ist mir egal, kann ich rausziehen, kann ich rausdrillen, wir hatten das Ganze schon und auch da stand ich am Windenbach und war am Rauskloppen, was haben wir jetzt hier, absolut geiler Spot, kann ich dir jetzt schon sagen, wir gucken gleich mal kurz in den Kescher, ist das Zielfisch oder ist es nicht, ha, Zielfisch, Also, Haseln sind Zielfisch und ich stehe jetzt hier, ja, mit einem ziemlich wilden Setup, da gehen wir aber gleich im Detail nochmal drauf ein, ob man das genauso nutzen muss oder so oder wie auch immer, ähm, ich sag mal, grob in der Art ist das nicht schlecht, wenn ihr hier gerade im Low-Level-Bereich seid, also so richtig Low-Level, gerade frisch angefangen mit dem Game oder gerade euch überlegt, ja, scheiße, Alden, ich weiß gar nicht, wo ich denn gerade Silber machen soll, Also, unter Level 20 kann man überhaupt kein Silber machen, Alden. Ja, dann ganz entspannt hier hinstellen, im schlimmsten Fall, wenn ihr so eine Route hier noch nicht habt, investiert ihr mal, naja, ich sag mal, mit der Schnur und allem drum und dran, also, ich sag mal, mit der Schnur und das ist, die Schnur ist, glaube ich, das Teuerste, dann seid ihr vielleicht bei 150 Silber und ich glaube, die Kohle habt ihr, ich sag mal, eigentlich in einer Stunde wieder draußen und dann lübt der Lachs, dann lübt der Lachs, aber auch anders wild. So, ich ziehe hier nochmal eben raus. Eigentlich müsste ich die ganze Zeit durchziehen, ne, einfach wegen der Frequenz. Oder wir machen das so, wir gucken mal eben kurz hier in den Kescher. So sieht es aus. Frisch hier angefangen, die ersten fünf Minuten jetzt oder vor fünf Minuten und dann habe ich mir gerade gedacht, Alden, das ist aber anders wild hier. Da müssen wir mal eben kurz ein Video für starten. Das ist genau das Richtige für den Sonntagmorgen. Schön auf entspannt, ein bisschen stippen, zwischendurch am Kaffee nuckeln und ab dafür. So sieht das aus. Das da da wegen. Alter, richtig gut, ey. Richtig gut. Frequenz und alles. Komm, gehen wir mal eben noch ein. Ich ziehe mal eben rein, gucken wir uns das Setup mal eben an. Also, ich stehe hier mit den guten, super billigen Bolloroden. Wenn ihr hier die Bollos noch nicht verwenden könnt, kein Problem. Einfach mit der Stippe hinstellen. Geht auch. Wichtig in dem Fall, relativ dünn rangehen. Ich habe jetzt hier einen 2,8er Vorfach. Wenn ihr das noch nicht nutzen könnt, im Idealfall Fluorocarbon-Schnur verwenden. Dünne Fluorocarbon-Schnur abgestimmt auf euer Set. Ich verwende hier 18er Haken, denn ich will die richtig dicken Brocken haben. Man kann auch runtergehen bis zu einem 20er oder 22er Haken. Vielleicht hat man da sogar eine etwas höhere Frequenz. Ist mir nicht so ganz wichtig. Ich will nicht hohe Frequenz. Ich will die dicken Dinger. Dicke Brocken bis hin zur Trophy. Und dann habt ihr hier die Wahl. Im Low-Level-Bereich habt ihr noch nicht die Möglichkeit, beide Köder gleichzeitig zu verwenden. Mistwurm, viel eher mal sowas wie in dem Barsch dran. Caster, der Klassiker für Hasel. Also, wenn ihr nur eins von beiden verwenden könnt, primär vielleicht erstmal die Caster verwenden hier als Köder. Und wenn ihr einfach ein buntes Portfolio auch hier haben wollt an verschiedensten Fischen, dann natürlich auch gerne mit Mistwurm. Man kann auch mal mit den Teigen rumprobieren. Sowas wie vielleicht Perlengraupe oder sowas. Oder einfach mal mit der Made hier ran rum hantieren. Alles möglich. Durchaus einfach mal testen, was so alles dran geht. Das Schöne ist immer, wenn solche Spots funktionieren, ja, dann funktioniert es eigentlich auch mal mit anderen Ködern. Also, gerade hier am Windenbach, wo die Frequenz immer relativ hoch ist und wo hier jeder Fisch irgendwie auch wertvoll ist, weil man halt auch Kaffeeaufträge abgeben kann und so, da macht das schon Sinn, einfach mal auch zu testen. Kurz vom Spot her, gar nicht weit weg. Man startet hier in der City, geht einfach kurz runter hier hinter die Pommesbude, allen zack zu dem kleinen Steg. Ich habe hier noch so eine Laterne gerade hingestellt. Und dann easy rauswerfen. Wichtig beim Posenangeln, ob das jetzt hier die Bollo ist oder ob das die Stippe ist, relativ flach hier rum zu hantieren. Im Idealfall, und das könnte ich eigentlich gleich mal eben machen, baue ich nochmal eben mein Setup hier kurz um. und zwar wie folgt. Ich gehe auf die dünne Schnur ganz alleine. Hier haben wir sie. 2,8er Schnur. Micro Braid ist es die dünnste Schnur im Game. Die verwende ich jetzt, mache meine Bremse wieder ein bisschen weiter runter und kann jetzt eben auch einstellen hier. Ich war jetzt gerade bei 60 Zentimeter. Ich gehe es mal so auf 40, 35, 40 Zentimeter. Absolut gut. Kann man wirklich gut machen. Einholgeschwindigkeit jetzt hier auf der Bollo auf 50 Prozent. Plus Shift drücken. Und dann die Bremse aber locker lassen, weil wir wollen ja hier nicht, dass irgendwas abreißt. Hochstellen können wir die Bremse immer noch. und da geht schon was rein. Das heißt, ich drücke jetzt Shift und sobald das Ding runter geht, zack, nur linke Maustaste gedrückt. Und wir hören, es geht hart in die Bremse hier. So, Bremse langsam hochdrehen und da geht er rein. Die Hasel mit 84 Gramm. Siehste. Lüppt. So, und warum jetzt die Haseln? Warum die Haseln? Wir können ja gleich mal gucken. Ich habe jetzt hier ja einen Account, also hier auch mit meinem Hauptaccount hier seit über einem Jahr ohne Premium unterwegs. Und wir können ja gleich mal schauen, wie weit oder wie viel XP jetzt dieser Fisch bringt. Gehen wir mal ein bisschen. Das war ein bisschen weit ausgeworfen. Gehen wir mal eher hier in diesem Nahbereich, wie man auch mit der Stippe ungefähr. So. Ähm, ja. XP sind entscheidend. Und was natürlich noch wichtiger ist, Silber verdienen. Denn wir haben von den ganzen XP nichts, wenn wir nicht ausreichend Silber machen hier. Also, schön entspannt Haseln kloppen. Wenn zwischendurch Lauben dran gehen, auch schön. Auch die Lauben mitnehmen, immer kein Problem. Ähm, Ziel aber, wie gesagt, gerne die Hasel so um 150 Gramm. Alles, oder ich sag mal, alles über 100 Gramm ist halt immer top. Zack. Oh, nicht gehakt. Oha. Das ist schon mal ein Ding. Man kann übrigens auch sich hier vorne hinstellen, wenn ihr dann da auf dem Steg steht und das klappt nicht so gut. Dann auch einfach mal hier probieren. Ist auch eine ganz klassische Stelle. Also diese beiden Positionen hier in diesem Bereich. Zack. Und dann geht es auch schon los. Immer wieder ausprobieren, testen, ob das funktioniert. Und wenn wir jetzt mal eben kurz hier reinschauen. Ja. Eine Handvoll Fische nach Preis sortiert. Ihr seht hier unten schon für so eine kleine Hasel 8 Silber. 10 Minuten geangelt, 43 Silber. Kannst du nicht ausdenken. 10 Minuten geangelt, 43 Silber gemacht. Die Route an sich kostet glaube ich 60 Silber. Wir können noch mal kurz reinschauen. Das ist hier die die Route, die ich verwende. Angelgeschäft, Routen, Bolloroute und hier ist es schon. Das billige Dingen. Kurz. Man braucht auch nicht die langen, die teureren. Man braucht nur die ganz kleine kurze. Weiter wirft man eh nicht wirklich aus. Und die Länge der Routen ist halt wichtig dafür, wenn man weit auswerfen will. So, also unter 60 Silber. Das heißt, wir angeln jetzt noch mal ein paar Minuten und dann haben wir die Rolle und die Route schon komplett refinanziert. Easy. So wollen wir das. Ist das nicht der Hammer? Das ist echt der Hammer. Und das Geile ist eben auch, das Geile ist eben auch, diese Fische haben diese hohe Frequenz und man hat halt gerne mal auch eine Trophy mit dabei. Das heißt, wenn ihr hier Lauben, Gründlinge, Haseln und so auf die Fische geht, ist man relativ schnell bei einer Trophy. Fettes Rotauge mit einem Kilo. Alter, fall da. Ich gehe mal doch wieder zurück. Zweites Mal, dass hier ein Rotauge reingeht, das möchte ich ja nicht. Also gehen wir lieber hier hin. So. Und dann sollen die lieber hier reinbeißen, die Fische und nicht auf Rotauge. Oder ich ändere gleich doch nochmal die Köder. Mit dem Mistwurm, ey, ist das natürlich schon ein bisschen tricky. Aber, ich muss ja sagen, den Spot hatte DarkmindAssassel geschrieben, im Discord reingeschrieben. Wenn ihr übrigens noch nicht im Discord seid, unten drunter unter dem Video ist der Link zum Discord. Da einfach mal reinschauen. Die Regeln bestätigen, sonst seht ihr die ganzen Spots nicht. Und dann seht ihr auch, was der Lümmel da rausgezogen hat. Schöne Brocken und seine Trophy ging da rein bei, oder mit dem Mistwurm. Mit dem Mistwurm. 322 Gramm Hasel auf Mistwurm. Ist das der Hammer? Da bin ich ja schon neidisch, ey. So ein Gerät aber auch, ey. Nicht schlecht. Petri, ey. Richtig, richtig geil. Aber ihr seht, es lüppt. Ihr seht, es lüppt hier. Lüppt richtig gut. Und man muss gar nicht weit auswerfen. Wie gesagt, der Vorteil, wenn ihr hier mit der Stippe unterwegs seid, stippt, 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 stippt. Schön. Kohle machen. Ihr macht fette XP'se. Relativ schnell. Gerade, wie gesagt, im Low-Level-Bereich. 150 jetzt hier für so einen unmaßigen Fisch. Das ist halt richtig gut. Gucken wir gleich nochmal rein in den maßigen Fisch, wie die, wie die dann reingehen, wie die reinballern. Aber wie gesagt, es lohnt sich halt wirklich hier Gas zu geben. Und man hat mit diesen Fischen einen super Start ins Game. Das ist es halt einfach, ne? Einen super Start ins Game. kann sich danach vielleicht sogar schon direkt das erste Starter-Set Grund kaufen für 150 Silber. Und dann geht das schon los. Dann kann man schon mal die erste Grundroute nebenbei hier nochmal auslegen und so weiter. Also es macht halt einfach Sinn. Oder man spart sich das einfach komplett zusammen. Und wenn man dann die, ey, das ist schön, 91. Wenn man dann vielleicht die Kohle zusammen hat für dreimal, also 450 Silber für dreimal das Starter-Set, dann kauft man sich das komplett. Geht dann weiter Grundangeln oder geht dann weiter vielleicht Brassenangeln ab Level 12. Und wie gesagt, die XP ballern ja hier auch gut rein ab Level 12. Dann vielleicht Brassenangeln an der alten Festung und so Sachen. Also wie gesagt, einfach ein Top-Start hier, wenn man schnell ins Game rein will und wenn man einfach nebenbei sagt, alles klar, ich hab jetzt genug Brassen geangelt und ich hab mal wieder Bock auf was, irgendwas anderes, irgendwas mit ein bisschen höherer Frequenz. Ich will mal wieder schön ein nach dem anderen rausziehen. Auch dann ist das natürlich immer ein guter Spot. So. Ich hatte noch keine Trophy hier. Sollen wir noch auf eine Trophy warten oder ist das zu viel? Ich glaub, das ist zu viel, ne? Schon wieder eine Trophy fangen? Das wär, glaub ich, zu viel des Guten. Ich zieh hier einfach ein bisschen raus und dann ist das gut, oder? Einfach ein bisschen angeln. Soll ich denn eine halbe Stunde voll machen? Ne, mach ich auch nicht. Machen wir das einfach nur so als kleinen Quick-Tipp. Der Spot war lange Zeit ein bisschen müde und es scheint tatsächlich, dass das gerade wieder ganz gut anläuft hier. Das heißt, wenn man jetzt gerade auf die kleinen Viecher hier aus ist, Attacke, ab zum Windenbach, Kohle machen und wenn man gerade nicht weiß, was man machen soll, auch da Kohle machen, einfach hier hin, rausziehen und dann verdient man hier schön entspannt ein paar Silber. So, kurzer Tipp, Dankeschön nochmal fürs Reinstellen im Discord. Sehr, sehr geil. Ich ziehe hier meine Brocken raus. Ich sehe auch hier im In-Game-Chat, im Feierabend In-Game-Chat werden auch schon die Haseln gezogen. Gerade hier 128 Gramm sehe ich. Also es lüppt, es wird hier gerade rausgezogen. Petri ihr Lümmels, wenn dir das Ganze gefallen und geholfen hat, den Kanal abonnieren, einen Daumen da lassen und dann sehen wir uns das nächste Mal im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Petri. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020